So, hallo, willkommen zurück. Wir wollen in diesem Video uns weiter beschäftigen mit Unifikation. Beim letzten Mal ging es um Substitutionen und Unifikation. Das ist eigentlich auch jetzt noch das Thema. Wir werden weiterhin natürlich mit Substitutionen zu tun haben. Aber das Hauptthema wird jetzt sein, herauszufinden, wie kann man denn Unifikationsprobleme lösen? Wie kann man konkret einen Unifikator finden für so ein Unifikationsproblem? Und wenn möglich, doch bitte auch den allgemeinsten. Dass das überhaupt möglich ist, ist vielleicht gar nicht so offensichtlich. Ich hatte ja erklärt, der allgemeinste Unifikator ist einer, von dem aus man jeden anderen Unifikator erreichen kann, indem man einfach noch weitere Ersetzungen durchführt. Ist so ein Unifikator immer zu finden? Gibt es den in jedem Fall? Und wenn, dann ist da eindeutig. Gibt es nur einen oder gibt es mehrere allgemeinste Unifikatoren? Das muss man sich mal genauer anschauen. Fangen wir mal an mit der Eindeutigkeit. MGU, Sie wissen, Most General Unifier heißt allgemeinste Unifikator. Und hier gibt es einen schönen Satz dazu. Die allgemeinsten Unifikatoren, Plural, von G, einem Unifikationsproblem G, also so eine Menge von Gleichungen, die wir gleich machen wollen, sind bis auf Umbenennung von Variablen identisch. Ah, okay. Es kann also mehrere allgemeinste Unifikatoren geben, aber die unterscheiden sich dann nur dadurch, dass man bestimmte Variablen umbenennt. Und das haben wir auch schon vorher gesehen. Wir hatten so Beispiele, wo man das Z durch A oder durch F von B oder was auch immer ersetzen konnte und immer noch einen Unifikator hatte. Und man kann natürlich auch insbesondere das Z ersetzen durch irgendeine andere Variable, Z'. Und wenn man das tut, eine Variable durch eine andere ersetzen, dann wird die Lösung nicht weniger allgemein. Außer wenn man viele Variablen auf die gleiche abbildet. Ja, dann kommt man nicht wieder weg davon. Aber wenn man jeder Variable einen neuen Namen verpasst und dabei keine gleich benennt, die vorher unterschiedlich waren, dann ist es immer auch möglich, diese Umbenennung wieder zu invertieren und dann wieder zu dem Original-Unifikator zurückzukommen. Und damit sind also beide Darstellungsformen allgemeinste Unifikatoren. Das kann passieren. Okay, abgesehen davon sind die aber tatsächlich identisch, wie sich herausstellt. Hier ist noch ein Beispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das Problem F von X gleich F von Z hat die allgemeinsten Unifikatoren, bei denen man X durch Z ersetzt. Das ist wohl klar. Aber auch Z wird ersetzt durch X. Das ist auch klar. Kann ich auch machen. Das ist auch gleich. Ich könnte aber auch X durch V und Z durch V ersetzen. Selbst das ist noch ein allgemeinster Unifikator, denn das, was da am Ende entsteht, ist bis auf Umbenennung von Variablen genau das, was in den anderen Fällen auch entsteht. In jedem Fall haben wir zwei Terme. F von X gleich F von X oder F von Z gleich F von Z oder F von V gleich F von V. und man kann die immer wieder umbenennen, wie man möchte. Dagegen ist X geht nach A und Z geht nach A für eine konstante A ein nicht allgemeinster Unifikator, denn ich kann zwar diese allgemeinsten in diese Form bringen, indem ich einfach die Variable, die ich am Ende habe, mit A setze. Ich kann aber nicht wieder zurückkommen. Ich kann nicht mehr die Konstante mit einer Variable ersetzen. Okay, alles klar. Nächster Satz. Wenn ein Unifikationsproblem lösbar ist, das heißt, überhaupt einen Unifikator hat, dann hat es auch einen allgemeinsten. Das ist doch eine schöne Sache, oder? Natürlich nur, wenn es lösbar ist. Und wir hatten schon Fälle gesehen, in denen ein Unifikationsproblem nicht lösbar ist. Ja, es ist auch leicht zu erkennen, dass es so etwas geben muss. Also wenn ich fordere A gleich B und A und B sind Konstanten, das wird nicht unifizierbar sein, da kann ich nichts machen. Aber falls es überhaupt eine Lösung gibt, dann gibt es auch eine allgemeinste. Und das ist also wunderbar. Wie zeigt man das? Man könnte es jetzt versuchen, irgendwie allgemein zu argumentieren, aber viel einfacher ist es, wenn man einen konkreten Algorithmus angibt, der diesen allgemeinsten Unifikator berechnet. Das hat auch gleich den Vorteil, dass man danach einen Algorithmus hat, den man benutzen kann, um damit weiterzuarbeiten. Das ist ja das, was wir am Ende wollen. Okay, also Algorithmus angeben. Und natürlich reicht es nicht zu einfach, nur den Algorithmus anzugeben. Wir werden auch zeigen müssen, dass er funktioniert und dass er das Richtige tut. Also dieser Beweis, dass das wirklich ein allgemeinster Unifikator ist, der ist trotzdem zu abbringen. Nur einen schlauen Algorithmus hinzuschreiben, das ist nur der erste Schritt. Manchmal ist es der schwerste und oft ist es der schwerste. Und manchmal ist es dann so, wenn man den Algorithmus sieht, dann ist auch klar, dass alles funktioniert. Aber es kann auch durchaus noch eine Menge Arbeit übrig sein, um zu zeigen, dass so ein Algorithmus stimmt. Okay, wie gehen wir das an? Wir wollen zunächst einmal von einem Unifikationsproblem ausgehen. Und der Trick bei dem Algorithmus wird sein, dass wir das Unifikationsproblem, was uns gegeben ist, also diese Menge von Gleichungen, Schritt für Schritt umformen. Das ist eine Technik, die Sie schon kennen. Ja, wenn Sie anderswo Gleichungen lösen in der Mathematik, dann machen Sie das auch gerne mal, dass Sie also versuchen, Dinge einzusetzen, zum Beispiel und dadurch die linke und rechte Seite gleich zu machen und Lösungen zu finden. Und wenn man so vorgeht, dass man also schrittweise Gleichungssysteme umformt, dann wird man hoffentlich irgendwann das Gleichungssystem gelöst haben. Und das müssen wir ja auch schaffen. Und die Frage, die man sich natürlich vorher, wenn man das schaffen will, stellen sollte, ist, was heißt es denn überhaupt, dass ein Unifikationsproblem gelöst ist? Wie muss es da aussehen, damit man sagen kann, die Lösung ist schon da, ist nichts mehr zu tun. Und das habe ich hier auf der Folie, das möchte ich definieren. Ein Unifikationsproblem D, was wieder aus solchen Gleichungen x1 gleich t1 bis xn gleich tn besteht, ist in gelöster Form, wenn x1 bis xn paarweise verschiedene Variablen sind. Das ist also eine Vorbedingung, die wir von Substitutionen kennen, aber nicht von Unifikationsproblemen. Bei Unifikationsproblemen kann auf der linken Seite auch ein komplizierter Term stehen oder eine Konstante, da muss keine Variable stehen. Und es darf dieselbe Variable auch an mehreren Stellen vorkommen. Aber die gelöste Form verlangt eben, dass das nicht passiert, sondern dass hier wirklich nur Variablen, unterschiedliche Variablen stehen. Und wir fordern weiterhin, dass die Variablen selbst nicht wieder in den Termen t1 bis tn vorkommen. Sie erinnern sich, Unifikationsproblem x gleich f von x ist nicht lösbar, außer in alten Pro-Look-Implementierungen. Und das heißt, wir wollen also keine solche Gleichung hier stehen haben. Das wäre dann immer noch kein gelöstes Problem. So etwas Unlösbares sollte nicht gelöst sein. Okay, das ist also die gelöste Form. Im Prinzip steht schon für jede Variable da, wie man sie ersetzen müsste. Und genau so definiert man auch eine Substitution in so einem Fall. Also wenn ich so ein gelöstes Unifikationsproblem g habe, dann definiere ich mir eine Substitution Sigma von g einfach als die Abbildung, die jede Variable durch den Term ersetzt, der auf der anderen Seite jeweils auftaucht. Gut, also, und man sieht, dass das natürlich dann auch ein Unifikator sein sollte für dieses gelöste Unifikationsproblem. Nicht wahr? Genau, passiert doch eigentlich genau das, was wir erwarten. Das müsste man aber nochmal genauer anschauen. Satz, wenn g ein Unifikationsproblem in gelöster Form ist, dann ist diese Substitution Sigma g ein allgemeinster Unifikator für g. Das ist das, was wir hier erhalten. Und das ist auch nicht so schwer zu sehen. Aber man muss ein bisschen argumentieren, muss man schon, weil man sich überlegen muss, ja, was passiert jetzt, wenn ich hier diese Substitution jeweils auf beide Seiten dieser Gleichung anwende? Ist das dann wirklich eine Lösung und ist es die allgemeinste? Beweis. Sei also g von der gleichen Form wie hier oben in der Definition mit diesen N-Gleichungen. Dann ist x mit Sigma g darauf angewendet, gleich t, also x i wird zu ti. Das ist einfach die Definition. Ja, so ist ja x g, äh, pardon, Sigma g definiert. Und das wiederum ist gleich t i mit Sigma g darauf angewendet. Und warum gilt jetzt dieser zweite Teil? Naja, das gilt, weil in diesen ti-Termen keine Variablen aus x1 bis xn vorkommen dürfen. Das ist ja eine Vorbedingung, die wir für die gelöste Form haben. Die Variablen kommen nicht vor, nicht nur auf der eigenen, nicht nur kommt x1 nicht in t1 vor, sondern x1 kommt in keinem der t's vor. Das heißt also, diese Sigma g Substitution ersetzt nur Dinge, die in den t's nicht mehr auftauchen. Das heißt, wir haben diese zweite Gleichheit. Okay, und damit ist also die linke Seite gleich der rechten Seite, wenn man die Substitution darauf anwendet. Und wir sehen also, es ist ein Unifikator. Das Unifikationsproblem wird dadurch gelöst. Was man noch zeigen muss, ist, dass es auch ein allgemeinster Unifikator ist. Und da können wir auch gleich wieder üben, wie wir mit unseren Definitionen zurechtkommen. Um überlegen, was es heißt, ein allgemeinster Unifikator zu sein. Und dazu habe ich auch wieder eine kurze und nicht allzu schwere Argumentation. Man muss aber sich schon Schritt für Schritt überlegen, damit man es richtig versteht, glaube ich. Um zu zeigen, dass etwas ein allgemeinster Unifikator ist, muss man letztlich zeigen, dass man jeden beliebigen Unifikator herstellen kann, indem man noch etwas Zusätzliches auf den Allgemeinsten anwendet. Noch eine zusätzliche Substitution in den früheren Folien hatte ich dazu immer ein zusätzliches Lambda. Ich hatte gesagt, also Sigma gefolgt von Lambda ist gleich Theta. Das war also das Sigma, der allgemeinste Unifikator und Theta ein nicht so allgemeiner vielleicht. Und das hat man gezeigt, indem man noch zusätzlich zum Sigma noch Lambda anwendet und dann genau Theta herausbekommt. Hier ist es auch so, aber es stellt sich heraus, dass das Lambda besonders einfach ist, nämlich für einen beliebigen Unifikator Theta von G gilt, dass Theta gleich Sigma G gefolgt von Theta ist. Das heißt also, das Lambda, was man hier braucht, um aus dem allgemeinsten Unifikator den Speziellen zu machen, ist der Spezielle selbst. Macht einfach diese Ersetzung. Okay, das behaupte ich. Das muss ich jetzt aber natürlich zeigen, dass diese Gleichheit gilt. Und dafür mache ich eine Fallunterscheidung. Der erste Fall ist, dass ich eine Variable habe, die jeweils unter diesen xn ist, ja, x1 plus xn. Dann weiß ich, xi mit Theta darauf angewendet ist gleich ti mit Theta darauf angewendet. Warum ist das so? Naja, weil der Theta ja ein Unifikator ist. Das heißt, Theta muss die beiden Seiten jeder Gleichung gleich machen. Das heißt, das ist das, was hier steht. Und ti mit Unifikator darauf angewendet ist aber ja genau, wenn ich das ti jetzt wieder ersetze, xi mit Sigma g darauf angewendet. Ja, das weiß ich, weil ich das hier oben schon mal erkannt hatte, dass jedes ti sich so darstellen lässt, beziehungsweise weil einfach die Definition mir das sagt. Und damit habe ich schon die Form, die ich brauche. Für jedes beliebige x aus dieser Menge habe ich die Gleichheit von dem, was Theta mit x macht und dem, was Sigma gefolgt von Theta mit x macht. Okay, bleibt noch der Fall von Variablen y, die nicht in dieser Menge vorkommen. Und in diesem Fall ist es ganz einfach, diese Gleichung zu zeigen, weil wenn das x nicht in der Menge vorkommt, dann wird das Sigma auch nichts daran ändern. Pardon, das y kommt da nicht vor. Ja, also y ist dasselbe wie y mit Sigma darauf angewendet, weil das y eben von Sigma nicht verändert wird. und das heißt, ich kann das y entsprechend ersetzen und das Theta steht einfach weiterhin da und ich habe auch hier die Gleichheit. Okay, und damit habe ich gezeigt, dass das ein allgemeinster Unifikator ist. Also im Prinzip ein relativ rechnerischer Beweis. Ich mache einfach ein paar Umformungen, aber die genaue Fallunterscheidung so herzuleiten und so, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, wie man es am besten hinterexelt, dass es funktioniert. Solche Sachen ergeben sich in der Regel, während man den Beweis schreibt. Ja, man fängt mal an und guckt mal, was passiert und dann stellt man fest, ja, jetzt muss ich hier Fallunterscheidung machen, weil es entweder so oder so sein kann und ich das vorher nicht weiß und dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Also das lässt sich ganz gut austüfteln. Okay, das also ist die gelöste Form und wir wissen, gelöste Formen sind gut, denn sie entsprechen im Prinzip allgemeinsten Unifikatoren. Unser Ziel würde also sein, wenn wir allgemeinste Unifikatoren berechnen wollen, dass wir ein gegebenes Unifikationsproblem in gelöste Form überführen und das geht mithilfe des Unifikationsalgorithmus. Gehe ich mal lieber aus dem Bild. Das ist er. Der Unifikationsalgorithmus im gelblichen Kasten gar nicht so kompliziert und zwar funktioniert er wie folgt. Wir haben eine Eingabe, das Unifikationsproblem G. Das ist alles, was wir als Eingabe brauchen. Wir haben eine Ausgabe, das soll der allgemeinste Unifikator sein für G oder die Ausgabe nicht unifizierbar. Wir brauchen irgendeine Art von Verhalten für den Fall, dass das Unifikationsproblem nicht lösbar ist. Da müssen wir auch irgendwas ausgeben und das soll dann die Ausgabe sein. Und der Algorithmus selbst ist relativ einfach. Er sagt, wende die folgenden Umformungsregeln auf G an, bis keine Regel mehr zu einer Änderung führt. Also bis nichts mehr Neues passiert. Ich erschöpfe in der Anwendung von vier Regeln. Die Regeln erkläre ich gleich, aber erstmal den äußeren Kontrollfluss noch zu verstehen, wenn nach Anwendung aller dieser Regeln G in gelöster Form ist. Also jede Regel wird G ein bisschen umformeln. Wenn es am Ende in gelöster Form ist, dann geben wir Sigma G aus, also den Unifikator, den die gelöste Form bestimmt. Und wir wissen, das ist dann der allgemeinste von diesem gelösten G. Falls G dagegen nicht in gelöster Form vorliegt, nachdem diese Regeln erschöpfend angewendet wurden, dann geben wir nicht unifizierbar aus. Okay, was sind jetzt die Regeln? Vier Regeln gibt es Löschen, Zerlegen, Orientieren und Eliminieren. Löschen funktioniert wie folgt, und da kann ich gleich erklären, wie die Notation hier gemeint ist. Ich habe also ein Unifikationsproblem, was die Form hat. T ist gleich T, vereinigt mit weiteren Gleichheiten G', also irgendwelchen zusätzlichen Dingen, kann auch leer sein, natürlich diese Menge, und ich wandle das um, das soll dieser geschlängelte Pfeil hier bedeuten, in G'. Also mit anderen Worten, ich lösche diese offenbar redundante Gleichung, die nur sagt, ein Ding ist gleich zu sich selbst. Die wird nichts zur Lösung beitragen. Und da muss auch, um die zu erfüllen, die Substitutionen nichts beachten. Das heißt, die kann ich getrost entfernen. Das ist Löschen. Zerlegung. Beim Zerlegen ist es so ähnlich. Ich habe eine bestimmte Gleichung hier gegeben, die ist etwas länger, nämlich eine Funktion f angewendet auf Parameter S1 bis Sn soll gleich sein an der Funktion f angewendet auf U1 bis Un. Gleiche Anzahl von Parametern. Klar ist ja die gleiche Funktion und dann habe ich noch irgendwelche weiteren Gleichungen und um das jetzt zu bearbeiten, Sie können es sich denken, zerlege ich also diese Gleichung hier in viele Gleichungen. Ich fordere, dass S1 gleich U1 ist und S2 gleich U2 bis Sn gleich Un und diese Gleichungen, diese N-Gleichungen füge ich zu meinem sonst vorhandenen G-Strich hinzu. Orientierung, das ist die dritte Regel, die sagt, ich habe so eine Gleichung t ist gleich x gegeben und irgendwelche andere und irgendwelche weiteren Gleichungen und ich wandle das um in x ist gleich t und das darf ich immer dann tun, wenn x eine Variable ist, wie der Name andeutet, x schreiben wir immer die Variable und t hingegen keine Variable ist. Also immer dann, wenn ein nichtvariable Term auf der linken Seite steht und eine Variable auf der rechten, dann darf ich das umdrehen und schreibe das so rum. Das ist auch klar, dass uns das irgendwie hilft, denn die gelöste Form hat ja genau diese Form, bei der die Variablen alle links stehen und Terme alle rechts, also diese Umdrehung ergibt irgendwie Sinn und ist auch leicht zu sehen, dass das zumindest mal nicht falsch ist, ja eine Gleichung umzudrehen, ändert ja nichts. Und das dritte und letzte, vierte und letzte Parton, was man tun kann, ist die sogenannte Eliminierung. Die Eliminierung macht eine gelöste Gleichung überflüssig beziehungsweise baut sie ein in das restliche Gleichungssystem, indem ich nämlich, wenn ich also so eine Form habe, x gleich t und irgendwelche weiteren Gleichungen, dieses x gleich t behalte, das will ich nicht löschen, das soll da bleiben, denn ich brauche es am Ende als Hinweis für die Substitution, die ich erzeugen will, aber in den anderen Gleichungen g' die hier noch stehen, ersetze ich jetzt das x durch das t. Also ich wende diese Substitution direkt an, das tue ich aber nur dann, wenn das x selbst nicht in t vorkommt, das heißt, wenn das wirklich schon eine Gleichung ist, die in einer gelösten Form so stehen dürfte, dann darf ich sie auch gleich anwenden und alle Dinge ersetzen. Okay, und wenn das reicht, dann bin ich fertig und wenn es nicht reicht, dann gebe ich auf. Gut, so funktioniert Unifikation, vier Regeln und wir werden noch Beispiele sehen, um das ein bisschen besser zu verinnerlichen, wie das Ganze klappt. Okay, hier kommt schon ein Beispiel. Unifikationsproblem x gleich f von a und g von x, x ist gleich g von x, y. Erster Schritt, Eliminierung. Diese Gleichung hat schon eine gute Form. x ist gleich f von a, x kommt hier nicht vor. Das heißt, ich setze jetzt das x entsprechend in alle anderen Gleichungen ein und das ist hier nur diese eine. Die wird aber ein ganzes Stück länger. Jetzt steht da g von f von a, f von a ist gleich g von f von a, y. Okay, da sehe ich schon, was als nächstes zu tun ist. Hier vorne gibt es nichts mehr zu tun, aber hier habe ich irgendeinen Ausdruck über g ist gleich irgendeinem Ausdruck oder irgendwelchen Parameter über g. Das heißt, ich kann das g hier zerlegen in mehrere Teile. f von a gleich f von a und f von a gleich y entsteht dort. Jetzt habe ich hier diese langweilige Gleichung, die kann ich direkt löschen. Dann steht da noch x gleich f von a und f von a gleich y. Jetzt darf ich orientieren. Dann erscheint das hier und an dieser Stelle kann ich nichts mehr tun. Das ist die gelöste Form und das heißt, die zugehörige Substitution hat die Form x geht nach f von a y geht nach f von a und das ist tatsächlich ein allgemeinster Unifikator für das ursprüngliche Problem. Okay, so einfach ist das im Prinzip. Gut. Was wir jetzt zeigen wollen als nächstes ist, dass dieses Vorgehen korrekt ist. Das sagt uns einerseits, dass es ein guter Algorithmus ist, andererseits liefert es nachträglich den Beweis, für das, was ich vorher behauptet habe, nämlich, dass es immer allgemeinste Unifikatoren gibt, wenn überhaupt irgendein Unifikator existiert. Denn das gehört ja zur Korrektheit. Der Unifikationsalgorithmus hat nur die Möglichkeiten, entweder zu sagen, es gibt keinen Unifikator oder den allgemeinsten zu finden. Und es wäre gut, wenn es keinen weiteren Fall gäbe, sonst kann er nicht korrekt sein. Okay, also Satz. Der Unifikationsalgorithmus berechnet für jedes Unifikationsproblem einen allgemeinsten Unifikator, falls es einen gibt oder einen Unifikator allgemein gibt und die wird nicht unifizierbar, wenn es keinen gibt. Beweisplan. Wir zeigen nacheinander drei Aussagen, aus denen die Behauptung dann folgt. Bei der Eingabe beliebiger Unifikationsprobleme gilt, erstens, wenn der Algorithmus eine Substitution Sigma ausgibt, dann ist Sigma ein allgemeinster Unifikator. Das ist das, was man als Korrektheit bezeichnen würde. Also die Ausgabe, wenn es überhaupt eine Ausgabe gibt oder wenn die Ausgabe so aussieht, dann ist das auch die korrekte Lösung. Zweite Situation, wenn der Algorithmus nicht unifizierbar ausgibt, dann hat G keinen Unifikator. Das heißt, auch wenn das passiert, ist es auch die korrekte Lösung. Durch nicht unifizierbar wird nur ausgegeben, wenn es wirklich nicht unifizierbar ist. Diese beiden Aussagen zusammen ergeben also Korrektheit für die beiden Fälle und der dritte Fall, den man immer mit bedenken muss, ist die Terminierung. Der Algorithmus terminiert. Das heißt, nach endlich vielen Schritten werden wir eine der beiden Ausgaben zu Gesicht bekommen. Und das ist auch wichtig, dass man das nicht vergisst. Man kann leicht oder manchmal kann man zeigen, ein Algorithmus gibt garantiert immer das Richtige aus, wenn er eine Ausgabe erzeugt, aber man vergisst dann zu zeigen, dass er auch wirklich immer eine Ausgabe erzeugt und tatsächlich gibt es dann vielleicht Fälle, in denen er ewig läuft und nichts produziert. Dann ist er auch zwar korrekt, aber etwas eingeschränkter nützlich. Okay, das wollen wir also machen, diese drei Schritte. Und als erstes, bevor ich überhaupt zum ersten Schritt komme, zeige ich eine Hilfsaussage, die sehr nützlich ist und auch, denke ich, ziemlich intuitiv uns was über diesen Algorithmus sagt und über diese drei Umformungen, die wir da haben. Hilfsaussage nenne ich so, mit so einem Doppelkreuz hier. Und sie lautet, wenn ein Unifikationsproblem G1 in einem Ersetzungsschritt in ein Problem G2 umgewandelt werden kann, dann haben G1 und G2 die gleichen Unifikatoren. Also mit anderen Worten, die Ersetzungsschritte, die wir zur Verfügung haben in dem Algorithmus, verändern nicht, welche Unifikatoren es gibt. Wenn es keine gibt, gibt es weiterhin keine. Wenn es eine gibt, gibt es weiterhin einen. Ja, das ist eine gute Eigenschaft. Ja, also es ist eine Art Invariante, die durch das ganze Verfahren hindurch bestehen soll. Und da ahnen wir schon, das ist der Schlüssel zur Korrektheit. Okay. Ich behaupte jetzt, für Löschen, Orientieren und Zerlegen ist das leicht zu sehen. Ja, Löschen von solchen trivialen Gleichungen ändert nichts. Ein Unifikatoren orientieren ist bloß die Umkehrung einer Gleichung, ändert auch nichts. Und Zerlegen ist auch offensichtlich etwas, was nicht die Unifikatoren beeinflusst. Wir konzentrieren uns nur auf die Parameter eines Funktionsterms, auf die Argumente. Okay. Interessanter ist vielleicht, oder genauer sollte man sich vielleicht anschauen, Eliminierung. Und für Eliminierung betrachten wir jetzt die besondere Form, die wir da brauchen für G1. G1 muss diese Form haben, dass wir so eine gelöste Gleichung x gleich t haben und irgendein g' und die Substitution Sigma, die das x nach t abbildet. Und damit haben wir also, dass G2 immer noch diese gelöste Gleichung hat, aber zusätzlich g' mit Sigma. Da nach. Okay. Und wir wollen jetzt zeigen, dass das diese Eigenschaft hier hat, dass also die Unifikatoren erhalten bleiben. Um das zu zeigen, gehen wir punktweise vor, wie man sagt. Das heißt also, um zu zeigen, dass die Menge aller Unifikatoren gleich bleibt, betrachte ich einen beliebigen Unifikator und zeige, dass der, wenn er ein Unifikator für G1 ist, auch ein Unifikator für G2 ist und umgekehrt. Und damit habe ich die Gleichheit dieser Mengen gezeigt, indem ich gezeigt habe, dass alle Elemente, dass jedes Ding, was ein Element der ersten Menge, der Unifikatoren ist, auch ein Element der zweiten Menge von Unifikatoren sein muss, also der Lösungen für dieses Problem und umgekehrt. Okay. Wir fangen also an mit einem konkreten Unifikatortäter für G1. Ich sage jetzt, wenn das ein Unifikatort für G1 ist, dann das gilt genau dann, wenn, und Sie sehen schon, wie das hier ablaufen soll, ich möchte also die Vorwärts- und die Rückwärtsimplikation in einem Abwasch erledigen, das gilt genau dann, wenn diese erste Gleichung unifiziert wird, also x-Theta gleich t-Theta ist und außerdem Theta ein Unifikator für G' ist, also auch für den Rest unifiziert. Da sind einfach bloß die beiden Bestandteile einzeln aufgeschrieben. Das gilt genau dann, wenn, und dazu muss ich ein bisschen was begründen, aber lesen wir erst mal, was hier gelten soll. Es gilt genau dann, wenn immer noch die erste Gleichung gelöst wird, ja, da hat sich nichts geändert, und Sigma gefolgt von Theta Unifikator für G' ist. Sigma, das ist diese Ersetzung, x geht nach t. Warum ist das so? Naja, äh, pardon, Sigma ist Sigma von x gleich t. Was soll das heißen? Sigma von x gleich t ist eine Sonderform von Sigma g, die wir vorher betrachtet haben. Das heißt, das ist der Unifikator, den man bekommt, wenn man dieses gelöste Unifikationsproblem mit der Eingleichung x gleich t als Grundlage nimmt. Das heißt, also Sigma hat diese Form, Sigma g, für ein bestimmtes gelöstes Unifikationsproblem, was nur aus dieser Eingleichung besteht. Und daher gilt, dass Theta gleich Sigma gefolgt von Theta ist für alle Unifikatoren, die auch dieses Unifikationsproblem lösen. Und das tun sie ja. Theta löst ja G', aber Theta löst insbesondere auch x gleich t, diesen ersten Teil. Es löst vielleicht noch mehr, aber es löst auch den. Und das heißt, weil das Sigma der allgemeinste Unifikator für den ersten Teil ist, gilt diese Beziehung. Das haben wir schon mal argumentiert, als ich geschrieben hatte, Ihnen, dass der allgemeinste Unifikator so gebildet werden kann. Da hatte ich schon mal dieses Argument hier an sich, da hatten wir argumentiert, was passiert mit Variablen, die hier drin vorkommen, was passiert mit Variablen, die nicht darin vorkommen. Das war dieser Beweis. Okay, können Sie noch mal nachlesen in Ruhe. Und damit wissen wir also, dass das gilt. Das heißt also, diese Verkettung ist ein Unifikator für G'. Und das genau dann, wenn, was ich hier brauche, folgt einfach aus der Gleichheit. Also, weil diese beiden Dinge gleich sind, ist auch diese Aussage äquivalent zu dieser anderen. Okay. Jetzt gehe ich weiter. Das gilt genau dann, wenn, wieder der erste Teil, unverändert. Und der zweite Teil, den schreibe ich jetzt um, wenn nämlich Theta Unifikator ist für G' Sigma. Das ist jetzt ein interessanter, eine interessante Umformung. Anstatt zu sagen, Sigma gepoigt von Theta ist Unifikator für G' sage ich, Theta ist Unifikator für G' Sigma. Das ist eine Anwendung der Aussage, dass die ich schon mal gezeigt hatte, dass nämlich diese Komposition genau das gleiche tut, als wenn ich die Unifikatoren hintereinander ausführe. Das heißt also, wenn diese komponierte Substitution ein Unifikator ist, dann heißt das, dass, wenn ich zunächst die innere Substitution, das Sigma, anwende und anschließend das Theta anwende, dass dann alle Gleichungen gleich werden. Und das heißt, was ich hier habe, ist zuerst das Sigma angewendet. Da bekomme ich ein neues Gleichungssystem. Und wenn ich jetzt noch Theta anwende, dann werden alle Gleichungen gleich. Das heißt, dieses Theta ist ein Unifikator für dieses Gleichungssystem. Okay, so habe ich das also rübergezogen. Auch das genau dann, wenn, die gilt in beide Richtungen. Und zum Schluss können wir jetzt also sagen, genau dann, wenn, was bedeutet das hier? Das bedeutet letztlich, dass Theta ein Unifikator ist für ein Unifikationsproblem, welches die Gleichung x gleich t enthält und g' Strich mit der Ersetzung hinzunimmt. Und das ist doch genau mein g2. Und Sie sehen, warum mache ich das alles? Also hier in der Mitte hat man vielleicht irgendwann mal die Frage, wohin soll das führen? Und natürlich ist die Antwort, es soll zu g2 führen. Also das ist die schrittweise Ersetzung. Auch das ist ein ziemlich syntaktischer, ziemlich rechnerischer Beweis. Diese Beweise haben manchmal den Nachteil, also ist es tatsächlich so, manchmal sind einfache Beweise schwerer zu verstehen als komplizierterer, weil man hier so, um überhaupt irgendwas zu haben, was man zeigen kann, so kleinschrittig vorgehen muss, dass man sich dann manchmal schon ein bisschen verloren vorkommt in den Schritten. Aber Sie können gerne die einzelnen Umformungen sich durchdenken und überlegen, warum das hier was geht, wenn es Ihnen so gehen sollte. Hoffentlich finden Sie aber auch die Gesamtaussage irgendwie plausibel. Also was wir jetzt gezeigt haben ist, Theta ist ein Unifikator für g1, genau dann, wenn, Theta ein Unifikator für g2 ist. Und das ist genau das, was wir hier zeigen wollten. Die Unifikatoren, die Menge der Unifikatoren wird genau erhalten durch diese Eliminierung, durch den Eliminierungsschritt und durch die anderen sowieso. Okay, klasse. Also Hilfsaussage ist gezeigt. Der Algorithmus erhält die Unifikatoren in jedem Schritt. Und das können wir jetzt nutzen. Jetzt geht es an die Ernte der wichtigen Aussagen. Mit dieser Hilfsaussage kann man alles, was wir noch so brauchen oder zumindest die ersten beiden Dinge ziemlich schnell feststellen. Wieso geht das? Naja, das Erste, was ich zeigen wollte, die erste Behauptung war ja, wenn der Algorithmus eine Substitution Sigma ausgibt, dann ist Sigma ein allgemeinster Unifikator für g. Dazu muss ich jetzt nur das, was ich schon herausgefunden habe, zusammenbauen. Zunächst einmal Hilfsaussage. Jeder Umformungsschritt erhält die Unifikatoren und damit auch die allgemeinsten Unifikatoren. Das kann man sich leicht überlegen. Wenn die Menge der Unifikatoren gleich bleibt, dann bleibt auch die Menge der allgemeinsten gleich. Weil was ein allgemeinster Unifikator ist, wird ja nur definiert relativ zur Menge der anderen Unifikatoren. Das heißt ja nur, dass man alle anderen Unifikatoren aus dem allgemeinsten hervorholen kann, indem man noch weitere Übersetzungen durchführt. Und solange die Menge von Unifikatoren, auf die ich mich beziehe, gleich bleibt, bleibt auch die Eigenschaft ein allgemeinster zu sein für diese Menge gleich. Okay, also das heißt immer die gleichen allgemeinsten Unifikatoren nach jedem Schritt. Das kann man leicht induktiv fortspinnen und beliebig viele Schritte hintereinander hängen. Das heißt also auch nach zwei und nach drei Schritten haben wir immer noch die gleiche Menge an Unifikatoren. Logisch, nach jeder endlichen Anzahl von Schritten haben wir noch die gleiche Menge. Das heißt, jedes Unifikationsproblem, welches der Algorithmus erzeugt, hat den gleichen allgemeinsten Unifikator wie die ursprüngliche Eingabe G. Okay, sehr gut. Das heißt, nach jeder Umformung haben wir immer noch die gleiche Lösung, die wir wollen, wenn es überhaupt eine Lösung gibt. Wenn der Algorithmus jetzt einen Unifikator ausgibt, dann heißt das, dass der Unifikator, dass es ein allgemeinster Unifikator für die gelöste Form ist. Denn das ist der einzige Fall, in dem der Algorithmus irgendwann aufhört. Sie erinnern sich, im Algorithmus war die Bedingung, oder besser gesagt, das war der einzige Fall, in dem der Algorithmus eine Ausgabe, einen Unifikator als Ausgabe hat. Ja, also wir hatten die Bedingung, dass nur dann, wenn das Problem am Ende in gelöster Form ist, dann geben wir den entsprechenden Unifikator aus und wir wissen, Satz auf Folie 2, dass dies dann der allgemeinste Unifikator sein muss. Okay, also, jeder Schritt erhält die Unifikatoren. Eine Ausgabe gibt es nur dann, wenn dort ein Problem steht, für das die ausgegebene Substitution wirklich der allgemeinste Unifikator ist. Und wenn der am Ende der allgemeinste war, war er von Anfang an der allgemeinste. Das heißt, es ist der allgemeinste für den Input gewesen. Okay, gut, schön. Also, das heißt, ausgegebene Substitutionen sind allgemeinste Unifikator. Zweite Behauptung war, dass für den Fall, dass ausgegeben wird, nicht unifizierbar auch das korrekt ist und das wirklich nicht unifizierbar war. Das kann man auch relativ leicht sehen. Also, wenn der Algorithmus nicht unifizierbar ausgibt, dann hat G keinen Unifikator. Dazu muss man sich nur überlegen, in welchen Fällen das überhaupt eintritt. Also, wie muss das Unifikationsproblem am Ende aussehen, damit der Algorithmus einerseits keine weiteren Umformungen mehr anwenden kann und andererseits keine gelöste Form vorliegen hat. Und das können wir, ich schreibe mal hier Beobachtung, das können wir uns überlegen. In diesem Fall erzeugt der Algorithmus ein Problem G', das eine der folgenden Gleichungen enthält. Möglichkeit A, Gleichung x gleich t, wobei x eine Variable ist und dieselbe Variable nochmal in t vorkommt. Möglichkeit 2, b, besser gesagt, wir haben eine Gleichung f gleich g, also Funktion f von irgendwas gleich Funktion g von irgendwas, wobei f und g ungleich sind und, ja, in dem Fall haben wir offenbar auch ein Problem. Okay. Das sind angeblich die einzigen beiden Fälle, die dort am Ende stehen können, wenn der Algorithmus nicht unifizierbar ausgibt. Das kann man sich überlegen, warum das so ist, weil nämlich natürlich wir gesagt haben, wenn der Algorithmus etwas ausgibt, dann heißt es, es gibt keine anwendbare Regel mehr, man kann nichts mehr anwenden. Das heißt also, und gleichzeitig ist ja, ist das Problem, mit dem ich hier arbeite, das Unifikationsproblem noch nicht gelöst, sonst würden wir die Substitution ausgeben. Das heißt, wir haben ein ungelöstes Unifikationsproblem, auf das keine Regel mehr anwendbar ist. Wenn es ungelöst ist, dann muss es eine Gleichung darin geben, s gleich u, nenne ich die mal, die nicht gelöst ist, die nicht in gelöster Form ist. Okay, wie kann man nicht in gelöster Form sein? Welche Möglichkeiten gibt es? Gelöste Form war, links steht eine Variable, rechts steht ein Term, der die Variable nicht enthält. Das ist die Vorbedienung. Fall 1, wie das verletzt sein könnte, wäre s gleich u, hat auf einer Seite eine Variable, dann, also ich sage nicht mal, auf welcher s oder u ist eine Variable, dann muss die Gleichung die Form a haben. Weil, wenn sie die nicht hätte, dann könnte ich entweder Orientierung anwenden, wenn nämlich die Variable auf der Seite, beim u steht, oder ich könnte löschen. Oder sie wäre in gelöster Form, das kann nicht sein. Also sowas wie x gleich y wäre ja gelöst auch. Das wäre also unkritisch. Also nicht gelöster Form zu sein, wenn eine Variable vorkommt, dann erfordert, dass die Form a eintritt. Dass also das x schon auf der richtigen Seite steht, aber trotzdem die Form nicht gelöst ist und das kann nur daran liegen, dass das x in t vorkommt. Also hier auf dem u. Okay, das ist also Fall 1. Sonst hätten wir noch Regeln angewendet und wären noch gar nicht an dem Punkt, wo wir entscheiden müssten, ob wir jetzt nicht unifizierbar ausgeben oder doch eine Unifikation möglich ist. Fall 2. Also wir wollen natürlich erschöpfende Fälle haben. Wenn der erste Fall war, es gibt auf einer Seite eine Variable, eine Variable übrigens, das korrigiere ich mal noch in den Online-Folien dann, bevor ich sie in den Urlade. Fall 2. SU hat auf keiner Seite eine Variable. Das ist offenbar der Rest der Fälle, die wir noch nicht betrachtet haben. Dann muss die Gleichung aber die Form b haben, weil wenn sie nicht diese Form hätte, also nicht diese Form haben, wenn man auf beiden Seiten etwas stehen hat, was keine Variable ist, ist nur dadurch möglich, dass F gleich F hier steht, also die gleiche Variable, die gleiche Funktion. Und dann könnte man ja Zerlegung anwenden. Also Zerlegung darf nicht anwendbar sein, denn der Algorithmus hat ja schon terminiert und wir entscheiden jetzt, dass wir nicht unifizierbar ausgeben. Das kann also nur daran liegen, dass das so aussieht. Im Übrigen, vereinfache ich hier ein bisschen meine Betrachtung. Ich betrachte nicht gesondert den Fall, dass wir hier Konstanten haben, die sich nicht gleichen. Das nehme ich mal als Sonderfall. Nullstellige Funktionen sind wie eine Konstante, aber Sie können sich auch leicht denken, dass es auch zwei klare Konstanten sein könnten. A gleich B könnte hier auch stehen mit zwei unterschiedlichen Konstanten. Das würde ich hier als Sonderfall von F und gleich G sehen, wobei einfach hier diese drei Punkte nicht existieren und keine Parameter der Fall sind. Und man könnte sagen, ja, in dem Fall, also wenn ich zwei Konstanten hätte, die gleich sind, dann würde nicht Zerlegung möglich sein, aber löschen. Okay, also in diesem Fall könnte man vielleicht noch mit betrachten, um es ganz ausführlich zu machen. Okay, gut. Das heißt also, wir haben gesehen, diese Fälle sind die einzig möglichen, wenn der Algorithmus terminiert und nicht unifizierbar ausgibt und wir sehen auch, dass in diesen beiden Fällen es tatsächlich keinen Unifikator gibt. Das heißt, es stimmt wirklich, dass das Problem, was am Ende steht, nicht unifizierbar ist und wenn ich jetzt wieder meine Hilfsaussage mit dem Doppelkreuz anwende und die Induktion damit verbinde und mir überlege, dass also alle Unifikatoren, die von Anfang an existierten, auch am Ende noch existieren und ich am Ende keinen mehr habe, dann weiß ich, aha, am Anfang gab es auch keinen Unifikator. Gut. Okay, also auch Aussage 2 ist bewiesen. Bleibt Aussage 3 der Algorithmus terminiert. Das heißt, er erzeugt nach endlich vielen Schritten eine der beiden möglichen Ausgaben. Das ist immer ein bisschen knifflig. Terminierung allgemein, ich hatte es schon mal erwähnt, ist nicht einfach zu zeigen, speziell die Terminierung von Algorithmen, was uns überhaupt nicht verwundert, weil wir wissen, das Halteproblem ist unentscheidbar. Das heißt, was heißt das? Na, zum einen, es gibt kein Verfahren, mit dem man Terminierung automatisch zeigen könnte, was immer funktioniert und anwendbar ist. Für Sonderfälle mag es das geben, aber nicht für allgemein alle Algorithmen, die man sich vorstellen kann. Und zweitens, Algorithmen können sehr lange laufen, bevor sie terminieren. Also, wenn man leicht sehen könnte, wie lang sie laufen, dann könnte man auch leicht prüfen, ob sie terminieren. Man lässt sie einfach so lange laufen, dass man sicher ist, dass sie inzwischen, dass sie entweder bis dahin terminiert haben müssen oder eben für immer laufen. Aber auch das geht nicht. Und diese beiden Dinge erschweren den Terminierungsbeweis in der Informatik immer ein bisschen. Und vor allem das Erste, die Unentscheidbarkeit des Halteproblems, sagt uns auch, Kreativität ist gefragt. Ja, man braucht irgendeine gute Idee. Es gibt kein mechanisches Verfahren, was man einfach so anwenden kann. Und das würde einem das Problem dann lösen durch ein bisschen Rechnen. So geht es nicht. Okay. Wie kann man also Terminierung erreichen? Und das hatte ich auch schon mal in einem anderen Beispiel gezeigt. Terminierung von Algorithmen in der Informatik kann man zeigen, indem man mit jedem Schritt des Algorithmus irgendeine Größe verbindet und dann argumentiert, dass die Größe in irgendeinem Sinne kleiner oder größer wird in jedem Schritt, jedenfalls sich gleichmäßig verändert. Und dass diese Veränderung nicht für immer so fortgehen kann. Also wir hatten schon mal einen Fall, in dem in jedem Schritt etwas größer wurde und wir argumentieren konnten, dass die Größe aber irgendwie nach oben beschränkt ist, dass also nicht beliebig viele Schritte stattfinden können, weil sonst würde es immer weiter wachsen und das darf nicht sein. Und hier wollen wir es mal anders machen. Hier wollen wir zeigen, dass in jedem Schritt etwas kleiner wird in gewissem Sinn in unserem Unifikationsproblem mit jedem Schritt. Das ist hier aber nicht ganz so einfach, weil die Schritte sich sehr unterschiedlich verhalten. Also die Schritte haben unterschiedliche Effekte auf unterschiedlicher Ebene. Zum Beispiel kann man nicht sagen, dass die Gleichungen, die man hat, weniger werden. Wenn ich Löschen anwende, dann ist es tatsächlich so, dass ich weniger Gleichungen habe, aber wenn ich Funktionssymbole auflöse, dann passiert es tatsächlich eher, dass ich mehr Gleichungen erhalte dadurch am Ende. Also das Zerlegen reduziert nicht die Anzahl an Gleichungen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, ja, was wird denn hier jedes Mal kleiner? Die Zahl der Gleichungen ist es nicht, die Größe der Gleichungen vielleicht in einem gewissen Sinne, aber das ist ja auch nicht so richtig, weil bei Eliminierung kann es passieren, dass ich die Ergebnisse für eine Variable in andere Gleichungen einsetze. Das heißt, die werden dann länger eher. In manchen Schritten ändert sich auch gar nichts weiter, da orientiere ich nur eine Gleichung, da bleibt alles gleich groß, ich habe bloß die Reihenfolge geändert. Also da muss man sich jetzt gut überlegen, wie misst man den Fortschritt, damit man wirklich in allen Schritten irgendwie vorwärts kommt. Und das erkläre ich gleich, wie funktioniert das? Wir ordnen Unifikationsprobleme so an, dass das aktuelle Problem in jedem Schritt kleiner wird und wir argumentieren dann, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Das ist die Idee. Okay, das Wesentliche ist die Ordnung. Und um diese Ordnung zu definieren, gebe ich für jedes Unifikationsproblem g' ein Trippel von natürlichen Zahlen vor, was ich hier mit kappa g' bezeichne. Dieses Trippel besteht aus drei Zahlen v, g und r. v ist die Zahl der noch nicht gelösten Variablen in g'. Wobei ich sage, eine Variable x ist gelöst, wenn sie nur noch in einer Gleichung vorkommt, die in gelöster Form ist, also in der die Variable selbst nicht in t enthalten ist. Solche Variablen sind gelöst. Das passiert immer dann, wenn ich erstens diese Gleichung hergestellt habe und danach noch eliminieren aufgerufen habe, sodass wirklich x nirgendwo mehr vorkommt, überall durch t ersetzt wird. Okay, ich zähle also die nicht gelösten Variablen. g ist die Gesamtzahl der Vorkommen von Funktionssymbolen, Konstanten und Variablen in g' mit anderen Worten, die Gesamtzahl der Teiltherme in irgendeinem dieser Gleichungssysteme. Also ich zähle da alle Terme, aber ich erzähle da auch alle Terme, die in diesen Termen geschachtelt vorkommen. Das entsteht, wenn ich die Funktionssymbole zähle, dass ich im Prinzip jedes unter Term zähle. Und Sie sehen schon, das ist so ein bisschen zu merken, v, die Zahl der nicht gelösten Variablen, g, die Gesamtzahl aller Terme und r wird jetzt sein, die Zahl der Gleichungen der Form s gleich x, wobei eine Variable x auf der rechten Seite auftaucht. Okay, gut. Das sind also die drei Größen, die ich messe. Okay, das sind also nicht eine Größe, sondern drei und wir ordnen die hier so in Triplen an und damit werden wir arbeiten. Wie geht das? Naja, die Idee ist, dass wir solche Tripl sortieren können und zwar lexikografisch, wie man sagt. Das ist eine ganz einfache Art, Listen oder Tupel allgemein zu sortieren. Listen ist vielleicht nicht das Richtige, also Listen gleicher Länge, Tupel meine ich hier vor allem. Für zwei Probleme, g1 und g2, wobei ich für Kappa g1 das Triple v1 g1 r1 habe und für Kappa g2 das Triple v2 g2 r2. Für diesen Fall schreibe ich g1 ist größer als g, also echt größer, mit so einem geschwungenen Größenzeichen, falsch. Entweder v1 echt größer ist als v2 oder v1 gleich v2 ist und g1 echt größer ist als g2 oder v1 gleich v2 und g1 gleich g2 und r1 größer r2. Das heißt, ich sortiere sozusagen hierarchisch, ich sortiere nach der ersten Komponente, wenn die gleich ist, nach der zweiten und wenn die beide gleich sind, nach der dritten. Das kennt man so auch als Datenbanken, wenn sie in SQL über mehrere Spalten sortieren, dann haben sie genau diese Sortierung. Die erste Spalte hat Vorrang, aber wenn Werte auf der ersten gleich ist, dann wird in die zweite geschaut und wenn das gleich ist, in die dritte. Das ist also das, was wir hier machen und wir ordnen jetzt nicht nur Triple, sondern wir ordnen auch Unifikationsprobleme, denn zu jedem Unifikationsproblem gehört ein Triple und wir wollen jetzt mehrere Unifikationsprobleme vergleichen, indem wir ihre Triple mit dieser Ordnung vergleichen. Okay, hier ist ein Beispiel, 421 ist größer als 342,23, ja, also die Zahlen mögen hier größer geworden sein, aber die erste Zahl, auf die kommt es an, die ist kleiner geworden. Das ist wiederum größer als 342,22, ja, weil die letzten, die ersten beiden sind gleich und die letzte ist kleiner geworden und das ist wiederum größer als 341,1000. Also Sie sehen, es ist erlaubt, dass hier Zahlen sehr groß werden zwischendurch, das ist zulässig, ich sage, aber sie müssen irgendwie kleiner werden an irgendeiner Stelle, also von vorne her müssen wir was abgeben, damit wir hinten was erhöhen können und wir können natürlich immer nur einen endlichen Wert haben, ja, ich kann ja nicht unendlich schreiben, ich muss mich schon festlegen, es muss 1000 sein oder eine Million und das ist letztlich das, was dazu führt, dass diese Art von Ordnungen auch terminiert, sie, es gibt hier keine unendlichen absteigenden Ketten, wie ich gleich nochmal sagen werde, in dieser Ordnung gibt es keine unendlichen absteigenden Ketten, die immer kleiner werden, der Unifikationsprobleme, man spricht in so einem Fall von Wohlfundiertheit, also es ist eine sogenannte wohlfundierte Ordnung, wenn sie keine unendlich absteigenden Ketten hat und das ist ein interessanter Begriff in der Mathematik, wenn sie mal Thermasetzungssysteme hören, zum Beispiel bei uns als Vorlesung, dann können sie da mehr drüber hören, da geht es auch noch mehr um Terminierung, weil es tatsächlich in der Mathematik eine Reihe auch von unendlichen Mengen gibt, in denen es keine unendlichen absteigenden Ketten gibt, ja, nehmen sie mal die natürlichen Zahlen, es gibt unendlich viele natürlichen Zahlen, aber innerhalb der natürlichen Zahlen gibt es keine unendlichen absteigenden Ketten, wenn sie von einem bestimmten Element ausgehen, ja, also sie können, von jedem Element gibt es nur endlich viele Dinge, die vor ihm liegen, irgendwo müssen sie ja anfangen und so geht es uns auch hier, wenn wir Unifikationsprobleme haben, was am Anfang gegeben ist, dann hat das irgendein zugeordnetes Triple, das heißt, wir legen schon uns irgendwo fest, wo wir starten und die Frage ist, kann man von dort aus unendlich absteigen und das geht bei so einer Ordnung eben auch nicht und ja, da kann man interessante, allgemeine Theorie dazu machen und allgemeine Untersuchungen anstellen, das machen wir ja nicht, ich sage es Ihnen einfach, dass es so ist. Okay, wir wollen das jetzt aber nutzen, indem wir feststellen, dass die Behauptung folgt, da jede Regelanwendung zu einem in dieser Ordnung kleineren Problem führt. Und das ist also das Maß, mit dem wir messen können, dass wir einen Fortschritt erzielt haben. Nochmal hier die Erinnerung, was die drei Werte bedeuten. V, die Zahl der nicht gelösten Variablen, G, die Gesamtzahl der Terme und R, die Zahl der falschrum orientierten Gleichungen in gewisser Weise, wobei falschrum nicht unbedingt sicher ist. Es könnte durchaus sein, dass es eine gelöste Form ist, Y gleich X, aber gut, dann bleibt es halt, wie es ist, dann wird es gezählt. Okay, dann werden wir auch nichts darauf anwenden. Okay, und jetzt kann man sehen, dass also die vier Regeln alle einen entsprechenden Effekt auf diese verschiedenen Teile haben. Wenn wir etwas löschen, dann kann die Zahl der nicht gelösten Variablen abnehmen oder gleich bleiben. Abnehmen würde sie dann, wenn wir so eine, wenn wir eine Gleichung der Form X gleich X löschen und das X sonst nirgends vorkommt, dann ist X gelöst. Oder es könnte sein, es kommt nur noch an einer Stelle vor, in gelöster Form und ist dann auch ohne Eliminierung schon fertig. Das heißt, es könnte sein, es verringert sich die Zahl V, es kann aber auch sein, die Zahl V bleibt gleich, aber was auf jeden Fall sich verringert, ist die Zahl der Terme. Wir haben ja eine ganze Gleichung gelöscht und da waren mindestens zwei Terme drin, die also jetzt entfallen. Zweite Möglichkeit, Zerlegung von Funktionen, die gleich sind in ihre Parameter. Auch dabei bleibt die Zahl der Variablen gleich. Also das sollte in der Regel, also die gleichen Variablen sind das, aber es könnte sein, dass einige der Variablen schon unmittelbar gelöst sind durch diese Zerlegung. Das ist denkbar. Das heißt, es kann auch kleiner werden. Und auch hier wird wieder die Zahl der Terme reduziert, weil wir den äußeren F-Term entfernen. Das heißt, das sinkt garantiert hier ab. Beim Orientieren, wenn wir also eine Gleichung umdrehen, kann es sein, wir lösen dabei gleich eine Variable auf, dann würde die kleiner werden, das würde jedenfalls nicht größer, die Zahl der ungelösten Variablen, weil wir keine Lösung zerstören durchs Orientieren, weil wir ja nur dann orientieren, wenn auf der einen Seite keine Variable steht und auf der anderen Seite schon. Die Gesamtzahl der Terme bleibt offenbar gleich. Wir haben ja nur die Seiten vertauscht, aber die Zahl der Gleichungen, bei denen die Variable nur auf der rechten Seite steht oder eine Variable auf der rechten Seite steht, wird echt kleiner, weil wir ja nur orientieren, wenn auf der linken Seite vorher keine Variable stand. Nur dann drehen wir um und damit reduziert sich diese Zahl. Und zuletzt Eliminieren. Beim Eliminieren wird immer eine Variable gelöst. Das ist das Ziel des Eliminierens. Das heißt, da sinkt diese Zahl. Okay. Das heißt, wir sehen, jede dieser Operationen erzeugt ein kleineres Triple in dieser Ordnung. Es ist jeweils bei den leeren Stellen egal, was da passiert. Man könnte jetzt, wenn man genau wissen will, wie lang der Algorithmus läuft, auch analysieren, was hier passiert, wie groß kann das maximal werden. Dann hat man noch bessere Abschätzungen und nicht nur Terminierung. Ich habe ja jetzt nur ganz allgemein mit der Wohlfundiertheit argumentiert. Das ist natürlich ein ziemlich schwaches Terminierungsargument, aber es genügt uns hier. Also natürlich, ich hatte es ja gezeigt am Beispiel gerade, kann man hier ein Triple kleiner machen, während man gleichzeitig auf den niederwertigen Stellen sehr große Zahlen einsetzt. Also ich hatte da 1000 eingesetzt in einem Schritt. Man kann leicht sehen, dass bei dem Unifikationsalgorithmus, den wir hier haben, die Zahlen nicht so sprunghaft ansteigen werden. Also da gibt es auch Grenzen, was passieren kann. Aber das interessiert mich jetzt alles gar nicht. Es reicht mir aus zu wissen, dass es irgendwann mal zum Schluss kommt. Damit habe ich schon die Terminierung gezeigt. Genaue Laufzeitabschätzungen machen wir ja keine für diesen Algorithmus jetzt in diesem Moment. Könnten Sie auch mal. Okay. Der Schluss, den wir jetzt ziehen können, ist also der, wie er hier steht, da es keine unendlichen Ketten immer kleinerer Probleme geben kann, von einem Startproblem ausgehend, muss der Algorithmus irgendwann terminieren. Denn jeder Schritt führt uns zu etwas kleinerem. Und das kann nicht ewig so weitergehen. Okay, schön. Wir können uns das auch noch mal ein Beispiel ansehen. Das Beispiel hatte ich Ihnen vorher schon gezeigt. Das war eine Unifikation mit verschiedenen Regeln. Eliminiert, zerlegt, gelöscht und so weiter. Und Sie sehen jeweils hier dargestellt das entsprechende Trieb. Hier haben wir zwei ungelöste Variablen noch am Anfang. x ist nicht gelöst, weil es noch an anderer Stelle auftritt. y ist sowieso nicht gelöst. Und wir haben eine Gesamtzahl von neun Termen. Gucken wir mal, ob ich das zusammenkriege. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, neun Terme. Ich zähle da also doppelte Vorkommen doppelt. Wenn ich jetzt hier einsetze, dann steigt die Zahl der Terme, weil ich durch Einsetzung zusätzliche Terme erzeugt habe. Aber ich habe eine Variable gelöscht. Das ist also das Eliminieren. Und das heißt, der erste Teil sinkt und damit bin ich kleiner geworden. Dann zerlege ich. Dabei entstehen zwar neue Gleichungen, bei denen die Variable auf der falschen Seite ist. Aber ich habe die Zahl der Terme verringert, weil ich die äußere Funktion g entfernt habe. Einmal hier, einmal hier. Also sinkt das Ganze um zwei. Orientierung. Pardon, Löschung. Entfernt auch eine Menge Terme und verringert also diese Zahl. Orientierung verringert die letzte Zahl. Und an der Stelle bin ich schon gelöst davor. Und das terminiert. Also Sie sehen auch, das kann natürlich terminieren, ohne dass hier Null steht. Das wäre seltsam, wenn da Null stehen würde, hätten wir gar keine Terme mehr zum Beispiel. Aber wir werden natürlich in der Regel, wenn wir eine Lösung haben, Null an erster und letzter Stelle stehen haben. Aber dieses Argument mit der Terminierungsordnung diente nicht dazu zu argumentieren, dass am Ende irgendwie Null rauskommen muss, sondern nur, dass es nicht ewig so weitergehen kann, dass irgendwann Schluss ist. Dass das, dass in dem Fall, in dem Schluss ist, auch das Richtige passiert, das haben wir vorher schon bewiesen. Also wir haben gesagt, wenn das Ganze anhält, dann muss entweder, hat es einen Unifikator, dann ist es tatsächlich der Allgemeinste, oder es sagt keine Unifikation möglich, dann ist es tatsächlich nicht möglich gewesen. Also wenn es terminiert, dass es dann stimmt, das haben wir schon geklärt. Wir wollen jetzt nur noch zeigen, dass es überhaupt anhält. Okay. Gut, das war es gewesen, das Beispiel. Und damit sind wir am Ende dieses Videos. Wir haben Unifikation verstanden. Wir haben einen Algorithmus kennengelernt, auch einen, den man sehr gut selbst anwenden kann und nutzen kann, zum Beispiel, wenn man mal in der Prüfung ist und da solche Probleme auftauchen, dann kann man diesen Algorithmus sich zur Hand nehmen und die damit lösen. Und außerdem wird das nützlich sein, natürlich als Teil des Resolutionsalgorithmus, den ich dann beim nächsten Mal besprechen will. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.